In meinem Video, in der ich zu der gerade heute mehr denn je zu hinterfragenden Aussage Ich hab doch nichts zu verbergen Stellung beziehe, hast du gelernt, dass du eben doch etwas zu verbergen hast. Auch wenn du erstmal kein Problem darin siehst, dass Unternehmen Daten sammeln und in riesigen Datenbanken speichern, solltest du an die Möglichkeit denken, dass theoretisch auch Hacker Zugang zu diesen Informationen bekommen könnten. Selbst wenn das Unternehmen nur das Beste für seine Kunden im Sinn hat und die Daten absolut datenschutzkonform verarbeitet, so ist nicht sichergestellt, dass auch Hacker diese Philosophie leben werden, wenn sie es schaffen, die technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen, die zwischen ihnen und den Daten stehen, zu überwinden. Und manchmal fördern solche geleakten Datensätze dann auch recht amüsante Dinge zutage, was auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg kürzlich erfahren musste. Doch alles der Reihe nach. Was ist eigentlich passiert? Nun, um Ostern 2021 herum sind in einem Hackerforum Daten von über eine halbe Milliarden Facebook-Nutzern aufgetaucht. Von diesem Datenleague ist dem nach Rechnericht fast jeder fünfte Nutzer betroffen. Unter den veröffentlichten Daten befanden sich unter anderem E-Mail-Adressen, Telefonnummern, vollständige Namen, Geburtsdaten, Beziehungsstatus und User-IDs. Der Business Insider berichtete, dass die IT-Sicherheitsfirma Hudson Rock die Daten von 533 Millionen Facebook-Nutzern entdeckt hat. Unter den Daten waren zwar in Anführungsstrichen nur 2,5 Millionen E-Mail-Adressen, aber 510 Millionen Telefonnummern. Letztere konnten über sogenannte Scraping abgegriffen werden. Dabei werden automatisierte Anfragen an Facebook gesendet, die zwar gegen die Nutzungsrichtlinien verstoßen, aber technisch dennoch realisierbar waren. Durch diese Anfragen konnten bei Facebook registrierte Telefonnummern ermittelt werden. Mittlerweile wurde diese Funktionalität jedoch deaktiviert. Die Sprecherin von Facebook habe auf Twitter zu dem Vorfall Folgendes geschrieben. Das sind alte Daten, über die bereits 2019 berichtet wurde. Wir haben das Problem im August 2019 entdeckt und behoben. Schön und gut, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass die Daten jetzt nun einmal für jedermann zugänglich im Netz waren. Also mein Vertrauen in Facebook wäre ziemlich erschüttert, wenn ich denn dort einen Account hätte. Ich jedenfalls habe nämlich keinen, sondern pflege Kontakte lieber im echten Leben. Solltest du jetzt allerdings Angst haben, dass sich auch deine Daten unter dem Leak befinden, dann kannst du das auf der Webseite hevabinpong.com, die ich dir natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, nachprüfen. Mich würde wirklich mal interessieren, ob wirklich einer von euch betroffen war. Gerne mal unten in die Kommentare schreiben, falls das der Fall ist. Aber bitte keine E-Mail-Adressen oder Telefonnummern posten. Danke. Übrigens, keine Sorge, soweit ich das beurteilen kann, werden die in das Suchfeld eingegebenen Anfragen nicht auf dem Server gespeichert. Laut einer Anfrage des Spiegels an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, sei Troy Hunt, ein australischer Sicherheitsforscher, der hinter hevabinpong.com steckt, einen, ich zitiere, vertrauenswürdiger IT-Sicherheitsforscher, dessen Webangebot zur Überprüfung von E-Mail-Adressen schon länger besteht und das wir als BSI auch empfehlen können. Wenn es zu deiner E-Mail-Adresse und oder Telefonnummer einen Treffer in der Datenbank geben sollte, würde ich folgendes empfehlen. Ändere unbedingt das Passwort zu deinem E-Mail-Konto. Am Video zu Wahlsicherer Passwörter habe ich dir unten in die Videobeschreibung gepackt. Verwende, falls möglich, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Auch zu diesem Thema habe ich bereits ein Video erstellt, das ich dir unten verlinke. Wechsle deine Handynummer. Ich weiß, das ist oft nicht so ohne weiteres möglich, doch in Anbetracht der Tatsache, dass theoretisch jeder deine Nummer kennen könnte, solltest du sie unbedingt ändern lassen. Viele von euch, die mein Video zur Aussage, ich habe doch nichts zu verbergen, noch nicht gesehen haben, denken nun vielleicht, dass es doch nicht so schlimm ist, dass die gediegten Informationen öffentlich zugänglich sind. Warum stellt das also ein Problem dar? Nun, in den unendlichen Weiten des Neulands gibt es nicht nur Personen, die dir wohlgesonnen sind, sondern auch Cyberkriminelle, die nun einen riesigen Pool an Kontaktmöglichkeiten haben, aus dem sie schöpfen können. Sie können nun Phishing, Spearfishing, Whaling und Smishing betreiben. Was das alles ist, erfährst du in meinem Video zu gängigen Social Engineering Angriffen, das ich dir natürlich verlinkt habe. Kurz gesagt, die Kriminellen versuchen, dich durch täuschend echt aussehende E-Mails dazu zu bringen, auf Links zu klicken, die dann wiederum auf Seiten führen, die so ähnlich aussehen wie PayPal oder Amazon. Gibst du dort deinen Benutzernamen und das dazugehörige Passwort ein, haben die Kriminellen leichte Spiel und können diese Informationen dazu nutzen, um sich zum Beispiel in deinem echten Amazon-Profil anzumelden oder die Daten im Darknet zu verkaufen. Zudem senden sie nicht selten Dateianhänge, zum Beispiel im SIP-Format mit und hoffen, dass der Empfänger sie herunterlädt und öffnet. Macht er das, fängt er sich eventuell einen Trojaner ein, der dann munter nach Hause telefoniert und gleich weitere Daten der digitalen Identität des Opfers mitschickt. Des Weiteren können Kriminelle nun größere Social Engineering Kampagnen fahren und die abgeflossenen Informationen dazu nutzen und zum Beispiel Accounts zurückzusetzen, wenn man die Telefonnummer bei anderen Anbietern als Backup hinterlegt hat. Selbst den Facebook-Chef himself, Mark Zuckerberg, hat es getroffen. Seine Nummer wurde ebenfalls in dem veröffentlichten Datensatz gelistet. Dadurch gelang es dem Sicherheitsforscher Dave Walker über das Osterwochenende in Erfahrung zu bringen, dass dem guten Mark seine eigene Privatsphäre wohl wichtig sei und er deshalb haltet euch fest, den Konkurrenz-Messenger Signal nutzt. Na gut, in der Belunda-Klötzchen-Schmiede spielt man bestimmt auch primär mit günstigen Klemmbausteinen der Konkurrenz und der Audi-Chef fährt mit Sicherheit auch einen BMW. Lol. Signal selbst hat daraufhin einen spöttischen Tweet abgesetzt, indem sie noch einmal auf die Deadline von Facebook zur Aktualisierung ihrer Nutzungsrichtlinien am 15.05.2021 hinwiesen und behaupteten, dass Mark Zuckerberg mit gutem Beispiel voranginge und sie schon einmal Signal installiert habe.